Willkommen bei Gift of Legacy, ein Schenksystem, ein stetes Geben und Nehmen für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit für alle weltweit. Von Herzensmensch zu Herzensmensch, zutritt nur durch persönliche Einladung. Ein wunderbares System, super durchdacht mit einem unglaublichen Algorithmus. Bist du bereit, mehr über ein gut behütetes Geheimnis zu erfahren, welches schon Millionen von Menschen das Leben verändert hat? Bist du bereit, dein Leben zu verändern und das von anderen? Was ist Gift of Legacy? Gift of Legacy ist global, weltweit, ist die heilige Ökonomie des Schenkens, hat schon Millionen beschenkt. Es ist immer Mensch zu Mensch, ohne Zentralisierung und immer wiederkehrend, perpetual. Du startest einmalig mit 100 Dollar aus deiner Kasse. Es ist Peer-to-Peer von Mensch zu Mensch. Niemand verwaltet diese Gelder. Du gehst durch vier Boards. Die Reise beginnt im Bronzeboard. Da schenkst du dich rein mit diesen 100 Dollar als Gifter. Dann, wenn das durch ist, kommst du ins Silberboard. Du schenkst mit 400 rein, das Goldboard 1600 und zum letzten Board, zum vierten Platinboard mit 5000 eintritt. Die Reise über die vier Boards, wo du dich immer wieder reinschenkst, Geschenke erhältst und wieder reinschenkst. Lass uns schauen, wie das startet. Du startest im Bronzeboard. Wir haben eine linke und eine rechte Seite. Legend in der Mitte, der die Geschenke empfängt. Die zwei Guide links und rechts. Die Bilder, die vier links, zwei links, zwei rechts. Und dann je vier Gifter pro Seite, die schenken. Acht Gifter pro Board. Du bist ein Gifter und schenkst dich mit 100 Dollar rein. Die gehen an den Legend in die Mitte. Der Legend empfängt achtmal 100 Dollar. Dann teilt sich das Board. Und du kommst auf die Bilderposition. An der Bilderposition bringst du zwei Menschen mit. Jeder Bilder bringt zwei Menschen mit. Und so entstehen wieder diese acht Gifte, die 800 Dollar schenken, in die Mitte an den Legend. Die nächste Teilung. Du kommst von der Bilder auf die Guideposition. Die Gifte, die werden wieder durch die Bilder eingeladen. Je zwei macht wieder diese acht Gifte, die 800 Dollar, in die Mitte an den Legend schenken. Das Board wird wieder geteilt. Du bist jetzt selber in der Mitte. Du wirst zu Legend. Und kommst in die Position, wo du die acht Geschenke empfangen darfst. Auch hier, es ist Peer-to-Peer, von Mensch zu Mensch. Du wirst Kontakt aufnehmen mit den acht Giftern, die dich beschenken. Und du gibst ihnen an, wohin sie dich schenken dürfen. International funktionieren Weis-Überweisungen perfekt. Du kannst aber auch mit PayPal oder Revolut Geschenke annehmen. Und wenn du jetzt an dieser Position noch nicht deine zwei Gifte eingeladen hast, dann wirst du passiert, bis du deine zwei Gifte gefunden hast. Und dann kommst du auch wieder mit rein und schenkst dich in die nächsten Boards. Du gehst ins Perpetual Board. Nach Abschluss der ersten Reise startest du Perpetual wieder im ersten Bronze Board, brauchst keine Menschen mehr mitzubringen. Und gleichzeitig gehst du ins Silber Board, wo du 400 Dollar reinschenkst. Und mit 100 Dollar gehst du direkt ins Perpetual Board, wo du wieder 100 Dollar reinschenkst, aber keine Leute mehr bringst. Du schenkst im Silber Board 400 Dollar rein und kriegst 3.200 Dollar geschenkt. Dann gehst du ins Gold Board, wo du 1.600 Dollar reinschenkst und 12.800 Dollar erhältst. Und von da gehst du ins Platin Board, wo du 5.000 Dollar reinschenkst und 40.000 Dollar für dich mitnehmen kannst. Bronze Board zum Silber Board zum Gold Board und Platin Board. Immer mit dem, was du empfängst, schenkst du dich in die nächste Runde. Und über alle 4 Boards erhältst du 42.700 Dollar in deine Tasche. Und du gehst mit all den Boards, die du durchlaufen hast, in die Perpetual Boards gleichzeitig. Mit den Perpetual Boards sind es 49.700 Dollar in deiner Tasche. Es ist benutzerfreundlich, super durchdacht, vollautomatisiert. Es gibt keine Fehler im System. Mit diesem innovativen Algorithmus werden alle freien Plätze besetzt. Wir werden durch die Perpetual Boards im ganzen Gift of Legacy durchgemischt und weltweit mit Menschen wieder verteilt auf die Boards, wo wir uns gegenseitig beschenken. Es ist ganz einfach von den Guidelines her, von den Richtlinien und jeder kann teilnehmen. Es ist nicht limitiert auf zwei Leute, die du einlädst. Zwei ist das Minimum, aber du kannst viel, viel mehr bringen als das. Und wenn du mehr hast, geht auch dein Board schneller vorwärts. Eine Riesenmöglichkeit für ganz, ganz viele Menschen, in eine Fülle und Freiheit zu gelangen. In einem stetigen Schenken und beschenkt werden. Es ist für jeden. Alle haben die genau gleiche Chance. Jeder schenkt sich rein und wird beschenkt. Über alle Runden, in jedem Board. Es gibt keine Pyramide und keine Hierarchie. Jeder ist genau gleich viel wert. Danke, dass du auch Teil wirst von der Gift of Legacy Familie. Wenn du mehr wissen möchtest, dann kontaktiere die Person, die dich hierzu eingeladen hat. Und du kannst starten. Nur durch den persönlichen Link kriegst du den Zugang zu Gift of Legacy. Komm zu Telegram, wo wir uns auch gegenseitig informieren und verschiedene Trainingssessions stattfinden werden. Wir freuen uns auf dich.